Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns nochmal mit Enums in Kotlin beschäftigen. Und ja, Enums in Kotlin sind Basics, sind eine coole Variante, aber es geht noch viel, viel mächtiger. Ihr könnt Enums so hart pimpen, dass ihr in diesen Enums einfach Funktionen drin habt. Und diese Funktionen könnt ihr einfach anwenden. Das ist super, super geil. Und ja, das erleichtert euch euer Leben wirklich hart. Wir wollen mal ein kleines Beispiel dazu machen. Wir schreiben uns ein Enum. Und das Beispiel kommt euch vielleicht sogar bekannt vor. Nämlich, wir schreiben uns ein Enum int Operatoren. Musst von nichts erben oder sowas. Einfach eine ganz normale Enum Klasse. Die öffnen wir. Und jetzt machen wir mal folgendes. Was fallen euch für Enum Operatoren ein? Nun, einmal haben wir Plus, einmal haben wir Minus und dann haben wir noch ein paar andere. Diese paar anderen, die überlasse ich euch. Die dürft ihr selber implementieren als Übung. Das ist quasi für heute die Hausaufgabe, wenn ihr wollt. Und ja, danach kommt jetzt ein Semikolon. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise braucht man keine Semikolons in Kotlin. Aber wir werden gleich sehen, warum. Wir packen jetzt nämlich hier rein und hier rein Funktionen. Okay. Und zwar eine Funktion, die ihr so nennen könnt, wie ihr wollt. Allerdings müssen wir diese Funktionen erstmal abstrakt definieren. Und dazu brauchen wir das Semikolon ganz unten, denn wir definieren uns hier eine Abstract Function. Und wir nennen sie jetzt einfach mal Use. Also quasi, dass man diese Funktion benutzen möchte. Die könnt ihr so nennen, wie ihr wollt wieder mal. Und naja, zwei oder int Operatoren benutzen normalerweise immer zwei Integer. Das heißt, wir haben hier einmal den A vom Typ Int und B vom Typ Int. Und das wiederum liefert mir kein Float, sondern ein Int selbstverständlich zurück. Und ja, das ist eine abstrakte Funktion. Das heißt, wir müssen hier nichts weiter machen. Was wir jetzt allerdings machen müssen, dazu zwingt uns jetzt Kotlin, ist, wir müssen innerhalb dieser Funktion die fehlenden Member implementieren. Würdest du jetzt bitte diesen Dialog nicht ständig schließen? Okay, dann machen wir es so, Implement Members. Und wir wollen hier jetzt automatisch dieses Use implementieren. So, und hier steht es dann eben Override Fun Use. Gut, das brauchen wir eigentlich gar nicht so ausführlich. Wir können eigentlich eine Kurzschreibweise, reicht uns völlig aus. Ist gleich A plus B. Okay, so, und damit haben wir eine Funktion auf einen Enum-Member zugewiesen. Und das ist schon ziemlich einzigartig, muss ich sagen. Und hier machen wir natürlich dasselbe mit Minus. Das ist ziemlich einzigartig. Interessant ist allerdings eher, was das tut. Jetzt haben wir nämlich hier auf diesen Enums nicht nur einen Wert zugewiesen, wie wir es hier oben mit RGB gemacht haben oder gar nur den Namen, sondern wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, eine Funktion anzuwenden. Und wir können so viele Funktionen benutzen, wie wir wollen. Wir können hier natürlich auch noch mehrere abstrakte Funktionen machen. Zum Beispiel Unuse oder sowas, keine Ahnung. Ihr könnt euch da irgendwas überdenken. Und dann habt ihr hier eben noch eine zweite Funktion, die ihr überschreiben könnt. Und so weiter und so fort. Und das ist wirklich, wirklich interessant. Das ist auch eure Übung. Packt hier eine zweite Funktion noch rein oder schreibt euch ein Beispiel, für das eine zweite Funktion besser passt und dann benutzt die. So, und ja, was wir hier noch machen können, ist, wir können das jetzt anwenden. Das heißt, wir erstellen uns erstmal einen Operator. Wahl ob, ja. Und das ist jetzt ein Int-Operator. Achtung, wir benutzen das genau gleich, wie wir das bisher immer gemacht haben. Also mit den Enums hier oben. Wir sagen Int-Operatoren Punkt. Wir wollen Plus benutzen. Und dann können wir hier einfach sagen, also völlig egal jetzt, was das ist. Irgendwann später in eurem Code, wenn schon niemand mehr weiß, was es ist. Beziehungsweise vielleicht sogar innerhalb einer Funktion wird ein solcher Operator übergeben und so weiter und so fort. Und ihr wisst nicht mal genau, welcher Operator das ist. Ihr habt nur einen Int-Operator, aber ihr wisst trotzdem, ich kann auf diesem Int-Operator diese Funktion hier aufrufen. Und dann können wir nämlich hier sagen, ja gut, dann machen wir doch einfach mal folgendes. Also wir printen ob.use und das ist jetzt eben dieser Name hier. Dieses Use ist genau dasselbe wie hier. Wenn ihr das Hans-Peter nennt, dann steht hier unten auch Hans-Peter. Und dann machen wir hier 42 und 1337 rein. Ohne Punkt, sondern mit einem Komma bitte. Und dann haben wir hier zwei Parameter, nämlich 42 und 1337. Die Parameteranzahl muss natürlich immer dieselbe sein. Und es müssen auch immer dieselben Parameter sein. Deswegen sind das hier alles, kann man das auch in einem Enum packen. Und wenn wir das jetzt starten, dann sehen wir, dass wir hier direkt einfach dieses Plus anwenden. Und wir sehen hier 1337 plus 42 ist offensichtlich 1379. Während wenn wir jetzt hier einfach nur dieses eine Ding umtauschen in ein Minus, dann wird das automatisch eben anders ausgewertet. Und wie gesagt, wenn man einen Operator an eine Funktion übergibt, dann ist das natürlich auch möglich. Das heißt, ich kann hier einfach eine Funktion benutzen und dort einfach nur diesen Operator verwenden. Und das macht das Ganze wirklich sehr, sehr mächtig. Deswegen würde ich euch das tatsächlich sehr empfehlen. Hier, das ist eine, naja, es geht natürlich auch in anderen Sprachen in Java und so weiter, kann man das auch machen. Aber da hat man dann wirklich ein Interface und muss für jeden dieser Operatoren eine eigene Klasse schreiben. Und das ist einfach super, super nervig. So geht das deutlich schneller. Ja, das heißt, wenn ihr Umsteiger seid, das ist quasi the Kotlin Way. Das ist der effiziente Way und das ist der angenehme und schöne Way sozusagen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Benutzen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.